Herzlich Willkommen in Bad Pyrmont, einem der ältesten Badeorte der Welt, mit einem Zentrum, in dem auch heute noch zahllose Heidfällen sprühen und einer Gastlichkeit, die weltweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. Großzügige Alleen, historische Architektur und südländisches Flair schaffen die Mischung, die diesen Ort so einzigartig macht. Einer der Höhepunkte ist das Schloss, in dem heute ein Museum untergebracht ist. Ein anderer, der Coopark mit seinen Alleen und den Palmendaten, in dem Sie heute zwischen 300 Großpalmen und 400 subtropischen Gewächsen planieren können. Der Coopark ist eine der schönsten Parkanlagen Europas. Und das finden nicht nur wir. Immerhin wurde die Anlage 2005 als schönster Park Deutschlands ausgezeichnet. Abkühlung an einem heißen Sommertag bieten die Hufelandthermer und die Pyrmonter Welle. Hier gibt es jede Menge Platz für Wasserraten, die vor allem den Spaß suchen. Bad Pyrmont ist wie geschaffen zum Flanieren, ob zu Fuß oder auf zwei Rädern. Bad Pyrmont zwischen Wieser-Bernland und Teutoburger Wald bietet Ihnen Erholung und Erlebnis unter Palmen. Und das mitten im Herzen Deutschlands.